So Leute, da sind wir beim nächsten Gameplay. Ich habe mir den Kevin dabei geholt. Servus, Freunde. Und wir gucken heute Ante gegen Grixis Phönix. Zwei Combo-Decks gegeneinander. Das eine ist Spell-Heavy-Combo, das andere theoretisch auch, oder? Ja, mit Kreaturen, die dann halt gewinnen. Es geht über die Spells in die Kreaturen und gewinnt. Ich würde hier sagen, dass das Ante doch schneller ist. Ich denke auch, dass es schneller ist. Ich glaube, wenn so ein Grixis Phönix so Turn 1 oder Turn 2 was hinlegt, ist das schon sehr ärgerlich. Aber grundsätzlich denke ich, das Ante ist hier auch sehr abfavorit. Wobei das Grixis Phönix auch eine Menge Discard besitzt. Okay, das tut Ante weh. Ja, natürlich. Im Main, klar, ist schon mal gut den Hate. Ich weiß nicht, war es noch Vor-Thin wahrscheinlich drin? Ne, Vor-Thin wird in den Phönix nicht gespielt, weil man keinen reaktiven Spells spielt. Dementsprechend hat man keinen Light-Counter drin. Ja, macht ja keinen Sinn, weil man den Phönix triggern möchte. Genau, also mit dem Arken... Wer heißt der? Arken-Light-Phoenix? Arken-Light-Phoenix, genau. Muss man drei Spells gespielt haben, dann kommt der im Combat aus dem Friedhof. Ja. Instant oder Sorceries, ne? Instant oder Sorceries, genau. Wir hatten hübsch, wunderhübsch. Schöner Full-Art-Ponder. Ja. Immer schön, wenn man dann den Judge ruft und fragt, was die Karte kann. Ja. Ponder sollte man eigentlich kennen, gerade im Legacy. Ja, aber das ist halt genau das, was man machen kann, wenn man Time-Wasten möchte. Gut. Ja. Hier wird länger überlegt. Das sieht man vielleicht auch daran, dass die Timelapse anspringt. Ja, Ponder ist schwierige Karte. Ponder ist auf jeden Fall schwer, ist nicht so fies wie Brainstorm, ist aber schon mies. Und wird geshuffelt. Das wäre natürlich so. Ja. Da haben wir den Brainstorm bezogen. Ja. Um es in der nächsten Runde dann noch spannender zu machen. Ja. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ANT direkt mal zeigt, was so ein ANT der kann. Brainstorm. Brainstorm. Oh ja. Oh, 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 oh. Wunderschöne Storm-Tokens übrigens von Tokens4MTG.com. Ich muss ja die Schleichwerbung aufrechthalten. Ja. Mit den Animes. Es sind ja nicht meine Tokens. Ja, es sind ja, es gibt ja mehr als nur die Animes. Ja. Du hast ja die Katzen gesehen. Die Katzen sind ganz witzig und vor allem auch, wenn sie nicht glitzern. Ja. Oh, LED, LED, Peppel. Ja. Das ist ziemlich strong. Ah, gut. Das ist ziemlich gut, was da gerade passiert. Das ist auf jeden Fall eine Menge, eine Menge Karten. Hier ist mir noch fünf Mana. Fünf schwarze Mana. Ja. Ja, das wird noch da gekreut. Das ist halt super wichtig bei dem Deck tatsächlich. Cavalry. Und jetzt noch ein Tutor. Gibt nur einen, gibt nur einen da, Mana. Ja. Jetzt noch ein Tutor. Ja, natürlich noch Tutor. Wow. Cracked LEDs, Chi-Chi. Cracked LEDs, holt sich Rot, holt sich Past and Flames. Macht den gleichen Spaß nochmal. Holt sich Tendrils hat gewonnen. Ja. Ja, oder macht jetzt Tutor, Tutor, Tendrils, oder? Ja, Tutor ging auch. Tutor, Tutor, Tendrils ging auch. Ne, hätte ein Mana gefehlt. Tutor, Tutor, Tendrils. Ne, wieso? Man hätte doch jetzt statt das Past and Flames einfach Tutor spielen können. Ja. Achso, das wurde schon abgezogen. Stimmt. Ja. Ja. Einfach Tutor, Tutor, Tendrils wäre genauso gegangen. Das hier ist jetzt nur noch, look at my horse, my horse is amazing. Ja. Warum springt hier jetzt nicht diese Zeitbescheinigungs- Storm ist. Und Storm zuzugucken ist immer wunderschön. Ist genau derselbe Grund, warum ich immer die Arc-Typen oben angebe. Außer beim Death and Texas und Death and Hawks. Die unterscheide ich. Aber ansonsten heißt jedes Deck nach seinem Arc-Typen. Ja. Warum? Weil ich die Macht des Cutters habe. Ja, das ist Tendrils. Tendrils kommt für, boah, ein Bunch of. Das sind auf jeden Fall Duras. Spirit Guide, Spirit Guide, Malamorphose, Flusterstorm. Ja. Ne? Okay. Aber auf jeden Fall mit, oh ja, Pyromancer into Carrier-Therapy. Das wäre die Hand ziemlich krass gewesen. Das war wichtig, dass hier relativ schnell gefinished werden musste. Ja, das ging auf alle Fälle mal flott. Ja. Storm. Schönes Deck. Ja, ich mag es ja auch. Ich spiele es ja auch gerne. Oder so Runde 1, dann bin der Hater. Ja, ja. Best of One. Also ich finde auch, Best of One sollte ein Format sein. Legacy. Mal gucken, was der Crixis-Phoenix-Spieler da jetzt entgegenbringt. Ja, ich denke mal, da kommt ein bisschen was an Grave-Shot-Hate. Was wie Surgical, Kling-to-Dust, sowas. Aber ansonsten hast du, glaube ich, nicht viel an Dingen, was du machen kannst. Nee, ich glaube auch nicht. Als Storm-Spieler bringst du halt einfach nur irgendwelchen Anti-Discard. Anti-Discard? Ist mit Grün-Splash für Well of Summer? Ja, natürlich. Well of Summer, Brook Decay und der... Xanted-Schwarm. Xanted-Schwarm. Wunderschöne Karte. Ist aber hierbei, glaube ich, nicht so relevant. Ohne Counter. Nee, das stimmt. War das ein Mulligan? Ich glaube, das war ein Mulligan vom ANT-Spieler, die ich richtig aufgepasst habe. Ja. Ja, da geht eine Karte drunter. Ja. Gut, das ist eine Menge Mana, was der ANT-Spieler da in der Hand hat. Und kriegst es, sieht man es nicht. Oh, Lend-Go. Rilding. Ja. Das schlechteste Card-Draw-Spell in dem Deck. Ja. Tatsächlich. Beide runter. Er sucht den Tutor, oder? Mit dem ganzen Mana. Ich glaube, er hat gerade einen Tutor gefunden. Ich glaube, er hat gerade einen Tutor gefunden. Ah, hier. End-of-Tour-Brainstorm. Da kommt der Facepalm. Ja gut, wenn die Hand gut ist, kann man das halt end-of-turn machen. Klar. Generell sollte man es nicht. Jetzt in dem, also jetzt gegen 1T, finde ich, man sucht jetzt irgendwie das Cable Therapy oder den Discard und dann macht man es halt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es mehr Sinn gemacht hätte. Also man lässt einfach den Lend-Drop und... Ja, es kommt halt auf die Hand drauf an, wenn die Hand gut genug ist. Und dann einfach geht man in seinen Zug, macht dann... Thor-Seas, Bird Alive und ein Phönix. Ach, du hast gesehen, was er gezogen hat? Ganz spannend ist ein Phönix. Thor-Seas, das ist das Bird Alive. Das ist der Phönix. Dann liegt man der Phönix und das Bird Alive drauf. Nimmt das mit und geht in seinen Zug. Ja, man hat halt noch... Also ich weiß, dass da noch irgendwo ein Dark Trail auf der Hand rumflog. Das heißt, das könnte tatsächlich ziemlich brutal jetzt werden. Früher haben wir gesagt, brutal. Er tötet aber nicht. Also er kann nicht... Ja genau, er braucht zwei Turns fürs Töten. Und das ist das Problem gegen 1T. Er sucht weiter. Ja, ich vermute mal, dass er ein Land sucht. Oh, das ist ja richtig bitter. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass er ein Land sucht. Ich habe die Hand nicht viel gesehen. Von der Hand habe ich auch nicht viel gesehen, weil er die Hand etwas schief hält. Das ist eine Carry Therapy. Ich glaube, da ist kein Land bei. Da ist kein Land bei. Oh, das ist richtig, richtig bitter. Ja, aber dann ist das mit dem Fetch Brainstorm auf jeden Fall verständlich, weil da macht es keinen Unterschied, ob man das End of Turn macht oder Mainstab. Das ist es halt. Man hat in der Mainstab sogar noch den Vorteil, dass man Ponder spielen kann. Ja, was kommt jetzt von der R&D-Seite? Einfach nur ein GAU oder... GAUBO. Ich sehe zwei Tutoren. Ich sehe zwei Tutoren. Dementsprechend ist es, glaube ich, schwierig. Man könnte mit dem Tutor halt was holen. Aber was zeigen? Man zeigt einfach nochmal ein Darkrit, falls man das hat. Ja, genau. Wollt sich ein bisschen mehr Mana mit raus? Eine R&D ist, glaube ich, auf der Hand. Gibt bei sich auch, ja. Aber ich glaube, ihr braucht einfach Mana. Also ihr fehlt wahrscheinlich einfach Mana. Ah, hier wird überlegt, ob man Discard oder was anderes spielt. Ich gehe mal davon aus... Man sollte mit dem Discard anfangen. Man muss dem ANT-Spieler, finde ich, meiner Meinung nach die Hand zerrupfen, solange sie noch da ist. Ja, aber dann kann man eben in die Gefahr laufen, dass man gegen ein Ding verliert. Gegen ein Pasta Flames Topdeck. Cling to Dust. Cling to Dust ist... Draw, ja. Oh, lang Draw. Oh, das war gut. Das war wichtig. Das war richtig, richtig gut. Hat noch zwei schwarze Mana im Früh. Ja. Cling to Dust und 2-Card Draw. Hier werden die wunderschönen Tokens von Togens von MTG benutzt. Das ist auf jeden Fall aufatmend, wenn man da so... Es könnte halt in der nächsten Runde schon zu spät sein. Ja, aber es ist tatsächlich ganz interessant, wenn man wirklich mit dem Cling to Dust so sieht, was das halt auch macht. Weil es zieht halt Leben. Es gibt Leben. Es zieht Karten. Es removed Karten aus dem Frühstück. So eine versatile Karte. Sehr vielseitig. Man muss halt selber viel sich in den Friedhof arbeiten. Ja, Pyromancer. Okay, mit Therapy. Oh, das wäre jetzt... Oh, ja. Jetzt Lion's Eye Diamond. Oder? Was würdest du sagen? Ich würde LEDs sagen. Ja. Das ist meistens ziemlich sicher. Meistens trifft man damit auch. Ja. Ja. LED wurde gesagt. Oh, das sind Tendrils. Dalle war das Problem. Ja, ist weg. Für die beiden Rituale. Uff. Ja. Das ist gut. Frage ist, ob man jetzt irgendwas zum Brainstormen findet. Ansonsten wird man jetzt halt einfach von 1 zu 1 an verprügelt. Da kommen jetzt die Länder. Das ist halt wichtig. Vor allem, wenn er jetzt noch ein bisschen mehr Discard auf der Hand hat. Der hat noch das Bird Alive. Jetzt ist die Frage, ob das sich einfach überwacht. Ja, ich glaube, er braucht den Trigger ja selbst. Er sieht die Hand vom INT Spieler und weiß ganz genau, er kann mich nirgendwo nicht töten. Ich wüsste nicht, was der INT Spieler jetzt sieht, um zu gewinnen. Warum jetzt nicht einfach ein bisschen auf die Fresse für 3 und ich behalte mir meine Karten auf der Hand und hau dich dann mit der Kombo nächste Runde tot. Ja, weil die Frage ist, ob er die Kombo nächste Runde schafft. Weil das doch relativ viele Karten sind, die man braucht. Mhm. Und man könnte halt jetzt überlegen, dass Bird 3 Spears hält. Und das kostet halt 3 Mana. Genau. Dann hast du die schon mal safe im Friedhof, hast halt 1 Trigger weniger. Genau, das wäre halt die Idee. Hast aber den Beat für 4 nächste Runde. Ja, doch. Du haust jetzt auf jeden Fall für 3. Nächste Runde hast du dann für 4 plus die Phönixe. Mhm. Ja, ich denke, das ist tatsächlich ganz gut. Auch hier die Tokens. Wunderschön von Tokens von MTG.com. Irgendwann werde ich für Schleichwerbung gebannt. Nö, ach Quatsch. Für Schleichwerbung wird man nicht gebannt. Solange ich es nicht angehe, enthält Werbung. So, ja. Die Phönixe hier sind 3-2 fliegend, wenn ich richtig im Kopf habe für die Eile. Fliegend Held. Genau. 3-2. Kosten sonst 3 Mana? 4. 4. Ja. Okay. 18 kommt hin. Dann Beat für 3. Dann geht man auf 17. Ich wüsste auch nicht. Sagt mal Go. Man könnte halt als ANT-Spieler auf jeden Fall Brainstorms spielen und dann was machen. Aber... Das sind zu viele Länder. Ja, ich denke auch. Oh, Cable Therapy und Thoughtseize. Also das sind die 3 Spells, die er hat. Thoughtseize. Ja. Nimmt das Tendrils oder den Tutor? Es ist egal. Es ist egal. Er kriegt einen Token. Cable Therapy. Ja. Nimmt das andere weg. Ist jetzt die Frage dann, ob man das Flashbackt. Ja, damit man den Trigger hat. Dann haben wir die Phönixes save. Ich weiß nicht, was er noch auf der Hand hat. Ja, er benutzt es dann. Sich selber auf einen Phönix. Oh mein Gott. Das ist gut. Alle 4 Phönixe sind 12. Auf ein Leben. Auf ein Leben. Dann gibt man noch Fetschen. Damit man dann tot ist. Ja, 1-1. So kann das halt auch gehen. Also gerade der Discard im Kriegs des Phönixes ist halt richtig gut. Das hat man hier richtig gesehen, dass der Discard wichtig ist. Die Frage ist, ob hier der ANT-Spieler nicht doof gespielt hat. Weil er eben auch einfach hätte die LEDs schon runterlegen. Weil normalerweise macht man das als ANT-Spieler. Man legt die Artefakte einfach schon mal hin. Weil es ist immer noch besser, sie gar nicht als Storm zu haben, als sie zu verlieren und nicht als Storm zu haben. Ja, auf dem Board sind es sicherer wie auf der Hand. Vor allem wenn man weiß, dass der Gegner Discard spielt. Und auch das mit Tutor in Response. Track ich LED und darf mir dann raussuchen, was ich möchte. Ja. Gerade wenn man so ein Tantress hat oder ein Pasten Flames in der Hand oder so. Es ist so gut, einfach die Karten rauszulegen. Mhm. Ist schon wichtig, die rauszulegen. Auf der anderen Seite muss der Kriegs des Phönixes-Spieler natürlich möglichst schnell den Discard durchzuziehen, ohne sich selber hart zu verlangsamen. Also er darf halt keine Hand halten, die nur pur aus Discard besteht. Weil er muss irgendwann gewinnen. Weil ansonsten kann eben sowas wie Tutor in Dupast in Flames kommen. Das ist ein Duras. Geht direkt los mit Duras. Ein Sumpf. Ponda, Brainstorm, Forzis. Aschiok, ganz vorne, hä? Aschiok, genau. Der dauert zu lange. Was ist das unter dem Brainstorm? Oh, das ist eine gute Frage. Du? Jetzt bin ich von außen gegangen. Da ist der. Vielleicht wird es nochmal genauer revealed. Klatsch. Vielleicht kommt es auch jetzt. Naja, das Deck spielt keinen Duels. Oh, Paddle. Paddle, Brainstorm. Ah, klingt so last. Was klingt so last? Ah, ok. Das sind die neueren Karten. Bei denen bin ich noch nicht so drauf. Ja, der Landjob wurde noch nicht gemacht. Genau. Man möchte ja hier im Notfall einen Fettstand haben. Man hat, glaube ich, gar kein Land. Hab ich es richtig gesehen? Ich habe Cable Therapy gesehen. Ja, Cable Therapy habe ich auch gesehen. Und ich glaube, Forzis. Boah, kein Land wäre wieder so undankbar. Ja. Das wäre wirklich unankbar. Oder war es kein Forzis? Aber der eigentliche Spieler hat halt auch mit einem Bayou angefangen. Das ist halt auch so das, was man nicht möchte. Am wenigsten spielen möchte. Uh. Inquisition. Ja, das ist wie ein Forzis. Ja. Bisschen anders. Oh. Eine schöne Hand gewesen. Was geht? Der Tutor. Ja. Ja, der muss da raus. Ansonsten hätte man nächste Runde vielleicht sogar schon finishen können mit Tutoren. Mhm. Außer man hätte Land gezogen. Okay. Okay. Das Paddle hätte ich da wahrscheinlich nicht für benutzt. Was hat er dafür? Ach, okay. Warum? Preordained. Der hätte man auch fetchen können. Ja, das kann ich jetzt gerade auch nicht ganz nachvollziehen. Ich glaube, hier wird gerechnet. Ich meine, man könnte natürlich, wenn man jetzt irgendwie Mana-Tutor auf der Hand hätte, wäre das halt auch richtig sick. Noch einen Darkrid meinst du? Hm. Zum Beispiel. Darkrid, Darkrid. Da hätten wir schon. 2, 3, 4, 5. Fetch auf was rotes. Ja, Fetch auf was rotes. Pass in flames. Wir haben noch 1, 2 in Tuat Noseum mit 20 Leben. Kommen wir mal machen. Er hat einmal gefälscht. Er hat einmal gefälscht. Aber ist die Frage, ob man das kann. Ich glaube, das war ein Grimm-Tutor, wenn ich es richtig gesehen habe. Ah. Der gute neue Grimm-Tutor. Mittlerweile erschwinglich. Ja, ja. Mittlerweile kostet er halt nur noch so ein Zehntel von dem, was er vorher kostet. 8 Euro oder so, ne? Ne, 10 bis 11 aktuell im Stand. Aber das ist halt nichts im Vergleich zu 200. Davor hat er halt 200 Euro kostet. 200 Euro will ich halt nicht für eine Karte ausgeben. Sagt er und spielt Ussis. Ja, gut. Es ist halt... Es ging halt auch ewig lange ohne. Ja, ja. Es geht auch ohne. So nice to have. Genau. Er ist halt der fünfte Tutor, der eben auch ein... Dark Petition. Dark Petition sein kann. Oder der Witchclaw-Talisman. Den hatten wir auch jetzt öfter. Genau. Der Witchclaw-Talisman zieht sogar ein bisschen weniger Mana. Und die Frage ist, warum hier kein Discard gespielt wurde von dem Grixis-Phoenix-Spieler. Ah, wegen dem Kling-Tudas. Kling-Tudas, okay. Kling-Tudas direkt auf den Tutor. Okay. Hätte man unglaublich auch mit warten können. Ja, auf alle Fälle. Dark Red. Das kann ich auch nicht ganz... Dark Red. Dann geht man jetzt wahrscheinlich... Okay, Tutor. Zeigt ein Dark Red. Man muss... Man zeigt nur eine Karte und durchsucht seine Bibliothek nach dieser Karte. Genau. Es sei denn, man hat gar keine Karte. Genau. Dann darf man irgendwas... Das ist schon richtig. Aber man muss nicht die andere Karte noch zeigen. Nein, nein, nein. Genau. Das ist eben genau der Trick. Dann geht man auf drei Mana. Vier war Storm. Nee, man ist auf drei Mana. Weil zwei von dem Tutor fehlen. Genau. Die wurden noch nicht bezahlt. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das funktioniert oder nicht. Oder ob da verrechnet sich wurde mit dem Mana. Für Rot. Der Tutor. Das wird im Tutor. So, dann hätte man jetzt nur noch drei. Ich habe jetzt gerade gar nicht aufgepasst, ob der ins neue Tutor aufgezogen wurde. Wird ja nicht funktionieren. Nee, es würde nicht funktionieren. Interessant. Sehr, sehr schade tatsächlich. Also ich glaube zumindest, dass tatsächlich irgendwo das Mana fehlt. Ich habe da jetzt nicht ganz drauf geachtet. Doch, es fehlte... 1, 2, 3, dann aus. Doch tatsächlich, also du zahlst 1 Mana, bekommst 3 Mana, spielst in den Funnel Tutor, bist auf 1 Mana, spielst 2 Dark Rids, bist auf 5 Mana, spielst dann den Quim Tutor, bist auf 2 Mana, dann Fetsch, dann hast du ein rotes oder dann blaues. Du bist bei 3 Mana und nicht bei den Mana. Das nächste Mal wird hoffentlich mehr drauf geachtet. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.